Der erste Blick und der erste Kontakt, ich schaue in deine Augen, wie du merkst, werde ich schwach. Ich glaube es ja nicht, wie viel Klick sich damit generieren würde. So, erste Frage des Tages, wie findet ihr das neue Lied von Katja? Gibt's mir doggie, gibt's mir doggie, gibt's mir doggie. Katja, krasser Witze, ich bin doggie. Gibt's mir doggie, gibt's mir doggie, gibt's mir doggie. Ähm, Marcel, ähm, Masi? Ja, Hasi, Pupsi. Marcelchen. Ja, mein Hase. Ja, Baby. Uns fehlt ja immer noch ein Gunpowder und uns wurde gesagt, wir sollen auf jeden Fall, mal, also Leute, ganz kurz, wenn ich noch einmal einen Kommentar mit diesen Living Rods höre, mit diesen grünen Dingern, ich hab, ich schreibe fast jedem, dass ich das gecheckt hab, dass man das damit machen kann, dass wir dumm waren, dass wir das bisher noch nicht gemacht haben. Wir kommen jetzt einfach nicht dazu, wenn wir jetzt nochmal anfangen, diese Living Rods zu farmen, dann dauert das so lange. Du meinst, das ist Live Roots? Ja, Live Roots, genau, du kannst das irgendwie mit Eisen oder so zusammentun und dann kannst du daraus schon verzauberte Rüstung craften direkt. Hört sich mega cool an, Leute, wirklich, aber dazu kommen wir nicht. Nö, dafür sind wir einfach, dazu machen wir jetzt einen zu großen Treib. Ja, wir brauchen nochmal eine richtig anständige Höhle, ich hab übrigens 69 Eisen. Okay, perfekt. Was wir auf jeden Fall tun sollten, ist, ein Spatz, bevor wir noch fahren, damit du auch eine Munition für die Panzer Shrek hast. Ja. Da stimme ich dir zu. Und wir sollten nochmal zu unserer Base, genau, Fleisch auch, und wir sollten auf jeden Fall zu unserer Base gehen und dort nochmal eine versteckte Kiste mit dem Enchanter und so machen, weil, wenn wir sterben, dürfen wir trotzdem, also selbst wenn wir beide jetzt sterben, dürfen wir beide noch einmal respawnen. Richtig, ich hab noch 27 Leder, kann die weg? Äh, ja. Obwohl ich behalte lieber einmal. Naja, falls wir nochmal Bücher brauchen, okay. Also ich würde vorschlagen, wir gehen hier jetzt, ähm, na, das, ja, wir gehen bald. Voll viele sagen wir immer, in so Tierseiten im Winter, du hast voll viel Müll, ja, aber alles kann man gebrauchen. Ich kann selbst diesen Oak Sapling gebrauchen, falls wir uns eine Base oben bauen. Selbst dort kann man gebrauchen, alles in Minecraft kann man irgendwann irgendwie wieder gebrauchen. Es gibt keinen Müll in Minecraft. Das Ding ist halt auch, ähm, Lerenz zu 100 Meter ist es gleich wieder da, also hast du es gleich wieder eingesammelt. Oh, ich hab ne Höhle gefunden. Vor allem, machen wir hier was. Echt? Direkt gegenüber. Warte, warte kurz, warte kurz. Wir können uns von hier direkt hier runter bauen gleich. Hä, ich bin meine Sau, es ist lauter schnell. Ja, warte, ich fuddel mal von hier runter und dann kommen wir da gleich hin. Oh, Eisen. Haha. Ey, ganz ehrlich, ich nehme das Eisen nicht mit. Ich komme mir langsam dumpf vor. Ich nehme das Eisen mit. Ein Stück. Wo hast du die Höhle gefunden? Äh, müsste in die Richtung sein. Jetzt. Ja, weißt du, dass da ne Höhle ist? Hast du die Cave-Map an? Ne, ich bin einmal außen rum gelaufen eben. So, gut, ich geh nochmal nach oben. Ich höre Lava. Und wo jetzt die Öfen mit? Ich höre Lava und ich höre auch Zombies, aber ich finde die Mülle grad nicht. Okay. Ach, dann müssen wir außen rum laufen, dann ist mir das auch weg. Ich schlage jetzt vor, ich baue die Öfen jetzt mal ab. Die Workbench nehme ich nicht mit, sonst hab ich wieder Müll in meinem Inventar. Das Eisen lässt du natürlich nicht mitgenommen. Ne, die Workbench nehme ich. Alles gut. Dann, dann nimm du die mit, ja. Warte, dann kommen wir mit. Dann lass uns jetzt da reingehen und dann kurz das letzte Sprengstoff. Nochmal einen Creeper-Farm und dann gehen wir schonmal voll bewaffnet zu unserer Base. Was ist da in diesem... Schnee die? Schneewald? Schneesystem? Oh, Eisen. Ne, nehme ich jetzt echt nicht mit. Hab echt keinen Bock mehr auf Eisen. Eisen würden wir immer... So, hier können wir hier runter kommen. Oh, Dias. Echt jetzt? Alles klar. Ich hab mir mal so eine Lightnap rein gemacht. Ich hab nur das Gefühl, die bringt gar nichts. Es könnte sein, dass das die... Alter Schwede. 3... 4... Scheiße, jetzt leck ich. Ah, die ist besser, ja. Also Lightnap ist nicht erlaubt. Alles klar. Also Bruder, wir können das so machen, wir können... Ne, die bringt auch nichts. Hey. Ja, sorry. Das heißt, wir können eigentlich... Wir haben nochmal 6 Dias. Eigentlich können wir die auch in der Base packen, oder? Ja, auf jeden Fall. Weil eine Rüstung damit machen würde ich jetzt nicht. Ne, ich glaube das los ist nicht. Wobei... Ich hab nochmal zwei, also einen Brustpanzer für. Aber dann machen wir das lieber, wenn wir dann ganz auf die Vollen gehen, oder? Ja, hier ist... Aber hier ist leider auch kein Creeper oder so. Ne, hier ist gar nichts. Okay. Dann lass uns... Du kannst wieder hoch. Hier ist nichts. Ich war leider schon unten und da ist leider alles zu Ende. Es ist gut, ich gehe schon hoch. Aber es gibt ja noch einen anderen Weg, in den wir gehen können. Und das wäre ja einmal hier runter. Ja, aber da ist ja auch nichts mehr. Äh. Sag ich doch. Meine Rede. Wie mache ich das jetzt? Okay, komm, lass hochgehen. Zu unserer Base und dann die Sky Base bauen, okay? Ja. Ja. Ich hab voll Bock auf die. Ich hab nur hier ein Problem, ich komm hier nicht mehr raus. Ähm. So, warte. Leute, ich hab ne Hexe gehört. So, ich hab's geschafft. Sehr schön, dann lass doch jetzt einfach zu unserer Base gehen. Die Frage ist trotzdem. Ich weiß nur nicht mehr, wo die ist. Die Frage ist trotzdem. Die Frage ist trotzdem. Trotzdem. Du hast die Hexe aber auch, oder? Ja, die scheint. Und du hast die Hexe aber auch, oder? Uns gleich abwerfen zu werden. Dann ist die wahrscheinlich hier unten. Die ist ne Spinne. Komm hier runter. Also willst du die suchen? Da hinten scheint, hier scheint es etwas größer zu sein. Mhm. Und auch weiter runter zu gehen. Und da. Ja komm, dann lass rein und noch einen Creeper farmen. Oh. Ja. Ja. Lol. Kobold. Äh. Das ist gar keine Hexe. Das ist ein dummer Kobold. Oh. Hinter dir ist das Gelett. Okay. Danke. Habe ich. Äh. Vielleicht leuchte mal nicht aus. Vielleicht finden wir Creeper. Ja, ja. Ich leuchte nicht aus. Aber es ist schon ziemlich dunkel. Digga, hier ist ne Creeper, 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 Creeper. Okay. Und ein Kobold. Alter, krass. Wie viel hier ist. Oh, hier ist auch ein Creeper. Hilfe, 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 Digga. Nein, er ist explodiert. Noch einer, noch einer, noch einer. Scheiße. Du musst doch mal zu mir kommen jetzt. Ja, Alter. Hier ist voll viel Lava. Ich habe zwei Sprengkulver. Zwei Sprengkulver. Zwei Sprengkulver. Echt? Okay. Dann können wir da eine Munition machen. Wenn wir jetzt noch mehr, Alter, da hinten ist erreicht. Dann müssen hier raus, Dominik. Wir müssen hier raus, Alter. Ne, da hinten sind die Liver Roots, Digga. Ich weiß nicht, wo du bist. Deinen sind die Liver Roots. Ja, ich hab's verstanden. Einmal rein. Liver Roots. Also das ist voll groß hier. Aber ich weiß nicht, wo du bist, Digga. Ist mir scheiße. Oh, zwei Creepies. Oh Gott, die kommen auf mich zu. Bist du nach rechts weggelaufen? Oder wo bist du? Ich weiß nicht, wo ich bin. Aber ich sehe zwei Creepies. Alter, ist das groß. Ich glaub, du bist hier runtergegangen. Das ist richtig groß, Alter. Ich glaub, wir haben so einen Dunsch. Ich bin hinter dir. Nein, der ist hochgegangen. Ficken, Alter. Das war jetzt echt mega unvorhersehbar, dass der hochgeht. Und wo ist das? Wie sieht jetzt dieses Liver Roots aus? Das sind diese grünen Dinger. Die sind einfach nicht hier. Die sind da hinten bei der Lava. Aber der Creeper. Das ist so ein Rotz, dass der hochgegangen ist. Ich verstehe das gar nicht. Ich war doch eigentlich voll weit weg von dem. Hinter dir. Boah, ist der weggeflogen. Ja. Die Spinne. Ich glaub, der Server leckt einfach oder so. Hast du nicht Knockback auf deinem Schwert? Äh, tatsächlich. Okay, komm mal mit. Ich zeig jetzt diese Liver Roots. Ja. Die sind nicht hier, sondern... Doch, da hinten in der Lava. Siehst du die? Ja. Brauchen wir eigentlich noch Lava? Ne, ich hab einen Eimer. Ich weiß jetzt aber echt nicht, ob wir das wirklich gebrauchen können. Das war... Ja, jetzt sind wir schon hier, oder? Das ist halt eh zu wenig. Und dann haben wir wieder so viel Müll im Invent. Egal. Okay, sorry. Das war dumm, das Wasser. Das hier sind die Liver Roots, sagst du? Ja, das sind sie. Da Creeper! Creepy Creepy. Komm, hör mein Creepy Creepy. Creepy Creepy Creepy. Cover mich, ich baue das ab. Creepy 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 Creepy. Ja okay, stimmt. Ich seh's auch. Also das kann weg, das kann weg. Okay, er ist gestorben. Ich hab sechs Liver Roots. Ey, diese scheiß Creeper bei mir droppen, nie was. Hast du irgendwie so ne Verzauberung auf deinem Schwert, dass die dir mehr droppen? Äh, nö. Oh, er hat jetzt auch Diamanten. Ja, die haben das zweite Mal Diamanten. Auch, die haben... Ne, die haben doch... Jetzt haben beide einmal, aber einer von denen hatte doch schon längst. Ja, genau. Richtig, richtig. Hast du gut erkannt, mein Freund. Hast du da deinen Müll hingeschmissen? Ja, hab ich hier alles eben hingeworfen, genau. Du bist einmal im Kreis gelaufen. Dann lass doch jetzt mal ganz kurz hier ausleuchten. So, was müssen wir jetzt mit diesen Liver Roots machen? Ähm, du baust... Du stellst jetzt erstmal bitte die German Weapon Box auf. Äh... Du machst ja eine Panzerschreck mit Munition. Okay, Panzerschreck. Ich hab kein Rohholz. Das ist das Problem. Hast du noch welches? Ich brauch sechs Stück noch. Bitteschön. Oh, nice. Ehrenbruder. Das sind genau sechs Stück. Ja, alles klar. Ja. Okay, Panzerschreck, ja. Und dann brauchst du mir noch einen Sprengpulver geben. Einen Gunpowder. Zack. Okay, hab ich. Okay, exzellent. Ich bin am überlegen. Jetzt hab ich ja insgesamt drei volle Magazine. Wie viele Magazine hast du in der MP44 geladen? Zwei. Hast du noch ein Magazine? Also du hast eins geladen und zwei übrig? Oder hast du eins geladen und eins übrig? Achtung. Nein! Oh, Junge. Nee, du machst einmal Gerichtsklick mit der. Ich schwör dir. Nee, ähm, also du hast insgesamt ein Ersatzmagazin für die MP44? Äh, richtig. Dann mach dir noch ein drittes. Hast du kein Powder dafür? Nee, ich hab keins. Aber du kannst mir gerne noch was geben. Da, mach dir. MP44? Das ist das Letzte, was ich hab. Okay, gut. Du bist das Letzte, richtig? Du bist das Letzte. Neee! Okay, gut. Hast du gerade Eisen weggeschmissen? Ja. Hebs auf. Das geht mir auf den Sack. Hebs auf. Okay, Mama. Gut. Ich pack die aber erstmal aus meinem Inventar, die Panzerfaust. Ich will die nicht im Inventar haben, das wird zu gruselig. Nee, pack die. Alter, wenn Gegner kommen, musst du die in deinem Inventar haben. Wir brauchen noch Eisen. Willst du mich verarschen? Ich hab 37 gebrannt. Äh, essen. Entschuldigung. Ja, essen. Okay, dann lass doch jetzt rausgehen zu unserer Base und dann verstecken wir einmal alles auf dem Weg, alles an Essen mit. Und das mit den Live Roots wollen wir jetzt nicht machen, oder wie? Was? Das mit den Live Roots wollen wir jetzt nicht machen? Äh, wie viel hast du denn? Ich hab 6 Stück jetzt. Okay, dann stell doch mal ne Workbench auf. Okay, warte. Hier. Gib mir mal die Live Roots. Danke, dass du die so rauskotzt. Wird's wirklich gesagt? Ich soll? Nee, das geht nicht. Kannst du's mal googlen. Ah, Mann. Oder muss man die brennen? Ich weiß nicht mal, ob man die brennen muss. Warte, ganz kurz, mein Freund. Ähm. Twilight Forest Mod. Äh. Live Root. Gunpowder. Warte, warum muss ich die mit Kohle zusammenpacken? Bilder. Gut, aus den Bildern werde ich jetzt nicht schlau. Transformation Gunpowder. Äh, nee, Transformation Powder. Nee, warte, warte. Gunpowder. Twilight Forest Mod. Nee, Live Root. Ah, Live Root. Twilight Forest Mod. So, Live Root. Feed the Bee. Oder soll ich jetzt den Kommentar nochmal suchen? Aber ich glaub, das dauert ein bisschen. Root strands, Live Root. Ich kann ja hier nochmal ein bisschen weiter suchen. Okay, ich google auch mal. Also, ich finde jetzt keine Seite, wo irgendwie was vernünftiges steht. Ah. Aber hier. Mit Eisen und Gold Nuggets dafür. Mit Eisen und Gold Nuggets. Ja, genau. Hab ich auch. Aber das ist doch kein Gunpowder, oder? Nee. Das ist Raw Ironwood. Und das mit Kohle verwendet. Und das mit Kohle verwendet. Ironwood. Und das wird das verzaubert sein. Okay. Ja gut, dann lass das doch mal aus Scheiß einfach machen. So. Achtung, ihr seht grad kurz nichts. Oh. So viele geschrieben, dass... Ja gut, ich habe keine Nuggets mehr. Die hab ich alle weggeworfen von den Kobolden. Ich hab alles. Ich hab alles da, was wir brauchen. Okay. Hier oben hab ich auch noch. So, raus, Alter. Meine Maus. Weg, weg, weg. Ein paar Tage an dem anderen PC, ey. Oh, nein. Ich hab ein Magazin weggeworfen. Oh. Marcel, was tust du noch? Übrigens, weißt du dieses Panzerschreck-Magazin, das verloren gegangen ist? Das hast du aufgesammelt und dann weggeworfen. Das haben voll viele in meinem Video geschrieben und es stimmt wirklich. Loih. Aber wir haben sie ja im Endeffekt nicht mehr. Also ist ja alles im Allgrünen Bereich. Genau. Ich hab das echt nicht gesehen. Ja. Ich hab auch im Inventar geguckt und geschaut, wo... Nee, du hast es weggeworfen. Ist echt so. Gott, die haben wir... Da haben wir ja acht von dem Ding. Dann können wir ja eine Chessplate davon machen. Ach, da kommen zwei raus pro... Ja, ist doch geil. Dann machen wir ein Chessplate. Alter, das ist ja richtig pervers. Ey, dann mach ich jetzt mal eine Chessplate damit, okay? Komm, gib alles. Die hat Protection 1. Direkt, okay. Wie gut ist deine Chessplate noch? Die ist fast down. Okay, dann bekommst du die. Bitteschön. Wie Spaß. Und wie viel Rüstung bringt die denn? Genau so. Ein bisschen mehr als Eisen, wird mir sogar gesagt. Und ich mach mir mal neue Schuhe. Oh ja, tatsächlich. Einen halben mehr. Ja. Hab ich jetzt. Die haben... Meine Schuhe haben direkt Feverfalling. Das ist geil, ja. Dann schmeiß ich meine Brust jetzt erstmal weg. Meine Brust wegschmeiß ich. Was ist der Ekel? Okay, gut. Dann lass uns jetzt. Dann lass ich hier endlich abzuschen uns. Also danke für den Tipp mit den Leverroots. Wir haben zwar ein bisschen gebraucht. Leverroots. Wieder den ganzen Müll an. Warte, da unten sind... Ach ne, wir haben ja keine Leverroots mehr. Okay. Ne. Gold hab ich aber genug. Komm hier hoch. Jo, ich komm doch schon mein Freund. Okay, hier sind wir draußen auf jeden Fall. Ja, wir sind draußen. Das hast du recht. Das ist die Außenwelt. Wie sieht's mit Essen aus? Essen ist schlecht, Herr Specht. Ich hab noch 14. 14. Okay. Warte kurz. Weg damit. Wir gehen aber auf jeden Fall in der nächsten Folge zurück zu unserer Basisfarm. Ganz fett essen auf dem Weg. Und dann verstecken wir die Sachen. Und dann geht's schon wieder kurz weiter. Ciao Leute. Wer hat uns das gefallen? Liken klärten, favorisieren, kommentieren, abonnieren.